Also, ich hab mir überlegt, wir sollten Flanger zu unserem Song hinzufügen. Flanger ist der neue Hallmann. Was ist denn jetzt los? Oh, bitte lass es Diplo sein, der als Gastdozent hierher kommt. Ich wette mit dir, er mag Flanger. Ist das... Sie ist wieder da? Sie ist wieder da! Oh, was macht sie hier? Wen interessiert's, Mann? Dein Schwarm ist zurück. Sie fangen zu solche Wörter. Los! Hey. Hey. Miles kann sich von mir aus einreden, was er will, aber da sind eindeutig Funken in ihren Hey's. Ist ne schicke Limo. Wie peinlich. Die hat die Produktion mir gestellt. Und, äh, wie ist die Tournee? Sind irgendwelche Theater verflucht? Oh, äh, wie ist Holden Christiansen in Wirklichkeit? Ich kenn niemanden, der so viele Liegestütze macht. Oder so viele Selfies. Er hat diese 7-Stufen-Hautpflegekur, bei der er Essigsaft in zwei Schüsseln gibt. Zusammen mit Zitronensaft und dann verrührt er das... Aus dem Suieren. Um zuerst. Schalton-Hautpflege WAT själv! Untertitelung des ZDF, 2020